Willkommen zu einer weiteren Garnisonsbefreiung. Wir haben wahrscheinlich nur noch einen Gegner vor uns. Oh, der kommt jetzt angeschissen. Ich denke, ob noch ein Löffel auf. Irgendwie ist da gar nichts passiert eben. Kein Erfahrungsbehalten ist gekommen. Ich denke, ob noch ein Löffel auf ist. Irgendwie ist da gar nichts passiert eben. Kein Erfahrungsbehalten ist gekommen. Yeah, ein Kartenscan. Ich freue mir. Ah, das ist der Erfahrungsbehalten. So, wir gehen erstmal in den Shop. Mahlzeit. Munition aufgeliehen. Waffen, Stoß, Konsumartikel, Körperpanzer, Dunkel. Und der Südwest-Scan. So, was sagt die Map? Jo. Noch einiges zu sammeln und ich dachte schon, wir werden durch. Ich würde sagen... Ach, würde ich doch das Upgrade gleich noch kaufen. Mehr Schaden ist immer gut. Vierfach Lauf, alter. Ja. Das haben wir schon lange nicht mehr benutzt, das Ding. Haben wir hier mal was? Nö. Dafür gibt's nichts. Okay. Da würde ich sagen, machen wir eine neue Mission. Was haben wir hier? Vaters Raubtiers, kennst du das? Du wirst im Verkehr ausgebremst und würdest du es jemandem zahlen. Jetzt kannst du das. Geotöte einschweren. Elite Omega. Oh Gott. Gut. Das soll eine Mission sein. Und dann auch wieder mit einer vorgegebenen Waffe. Die fahre ich jetzt am besten. Die Straße kann man voll oder der Straße kann man voll. Uh, uh, uh. Die sollte der Straße folgen, Mensch. Und nicht dem Schotter. Oh Gott. Erst machen wir dann eine Geldkiste. Und zweitens interessiert mich das Gebäude hier gerade. Nicht. Hm. Kohle ist jetzt ganz schön mau geworden bei uns. Hm. Kommt Glück bist du ein tausiger Schütze Haha. Was Motor crimes against Heil Silva? ein drache ich freue mich ja was sind das die schrotflinte ich nehme an das ist er hier oder er krieg Oh no. Uh, die Mauerweite Weltklein jetzt Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch die Garnison gleich übernehmen, oder? Das mischt Ich muss jetzt bloß mal rausfinden Wo hier das Schildteil ist Ah, okay Ah, okay Toll, den wollte ich doch erwischen Ah, okay Wo ist denn hier der fucking Schutzschild? Zufällig hier unten Ah, okay Das wird wohl nicht klappen, oder? Oh, okay Oh, okay Ich würde das gerne mal im Laisen hier durchziehen Keine Ahnung, ob wir das schaffen Er bewegt sich jetzt gar nicht mehr Oh, okay Oh, okay Oh, okay So, jetzt geht's los Oh, okay Oh, okay Kommt der jetzt Oder kommt der nicht Am besten Wir machen dir in der nächsten Folge weiter Spitze bedanke mich Bis dann